Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video auf meinem Kanal. Ich habe mir ein paar Bastelteile gekauft. Normalerweise ist das Zusammenbauen einer Lok aus Ersatzteile viel zu teuer. Gibt es dann und wann mal wieder einen Schnapper. Ich habe hier zwei Gehäuse der 3021 steht bei dieser Version hier auch sogar auf dem Gehäuse selber. V200-006. Davon habe ich zwei Stück. Haben 8,99 Euro jeweils gekostet. Hier bei dieser Version hat wohl jemand schon mal das Dach gestrichen. Ich habe das aber schon mal eben mit Feuchttüchern sauber gemacht. Hier fehlt ein bisschen Farbe. Aber es gibt keine mechanischen Beschädigungen an den Gehäusen. Hier auch müsst ihr noch mal sauber wischen. Aber dafür mache ich ja das Video. Das ist hier auch. V200-006. Und das sind die Varianten, die noch keinen Lichtleiter haben. Den Lichtleiter gab es erst 1960. Da waren hier vorne alle drei Lampen beleuchtet. Also sind das Versionen vor 1960. 57 auf den Markt gekommen. 58,59. Jetzt kann man in diese schlauen Bücher gucken. Moment, ich muss die Wellensäte mal ausstellen. Ja manchmal merke ich das gar nicht mit den Wellensätechen. Aber ich hatte einen Kommentar und jetzt vermissen sie natürlich hier. Und es wird schon dafür umso lauter. Zurück zum Thema. Also die Versionen mit nur zwei Lampen. Also dann hier doch zwei Lampen. Im Fallgestell gab es 57,58 und 59 und die unterscheiden sich dann in der Zierleiste. Ob die hier dreifach geriffelt sind oder glatt sind. Hier ist eine glatte Zierleiste. Ich mache da gleich nochmal eine Großaufnahme von. Und das ist dann 58,59. Und jetzt ist die Frage, ist der Unterlüfter unterbrochen? Und es gibt das ein oder andere Video, da wird von der Version 1 gesprochen. Aber ich zeig mal den Unterschied. Das ist dann also hier Version 3. 58,59. Und ob das jetzt Version 1 ist, nehmen wir hier die Taschenlampe. Und wir sehen, da leuchtet es raus. Und hier leuchtet nichts mehr. Nämlich nur in der ersten Version 1957. Sieht man hier innen. Waren diese Lüftungsgitter durchbrochen? Und das zeige ich euch jetzt nochmal an den Bildern in den Katalogseiten. Ich fange mal an. Märklin Katalog 1957 Seite 5 Märklin Neuschöpfung. Und ich bitte euch mal das Augenmerk zu richten hier oben auf die Lampe. Die ist gelb. Und hier die Lüftungsgitter. Vorn und hinten sind hell hinterlegt. Jetzt gehen wir das Jahr 1900. 58. Lüftungsgitter rot. Und die Lampe ist auch grau. 1959. Die Lampe ist weiterhin grau. Und auch in der Folge bleiben hier die Lüftungsgitter rot. Jetzt sind wir im Jahr 1960. An den Lüftungsgitern ändert sich nichts mehr. Aber, Überraschung, die Lampe ist hier wieder gelb. In dem Text dazu steht aber nichts. 1961. Ich zeige euch auch mal hier das Modell in echt. Jetzt wieder hier im Katalog je drei beleuchtete Stirnlampen. Zu den beiden Gehäusen gab es auch noch hier ein Untergestell. Hier vorne jeweils zwei Lampen. Also die Version von 1957 bis 1959. Hat sechs Euro gekostet. Und ist aber wohl nicht ganz komplett. Und wenn man eine Lok aus Ersatzteilen zusammenbaut, dann wird das normalerweise viel zu teuer. Aber man hat ja noch eine große Kiste mit Teilen drin. Und es gibt ja auch zum Glück das Internet. Die roten Kabel scheinen original zu sein. Die sind aber hier schon platt gedrückt. Werde ich also austauschen. Was fehlt noch? Ganz offensichtlich fehlt hier der Umschalter. Das Bodenblech fehlt mit der Schraube. Hier die Verkleidung des Fahrgestells. Schleifer ist super neu. Man kann aber erkennen hier oben oder hier drin. So ein bisschen blinkt. Da fehlt die Kontaktplatte. Das heißt, der Schleifer ist direkt angelötet. Was haben wir noch? Ja, hier. Das sieht man aber nur mit guten Augen. Wer kennt es hier? Plastikhaftreifen. 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 Hier ist es zwar dunkel. Aber hier ist das nackte Metall. Hier ist ein Reifen, diese Achse drauf. Also irgendwann mal im Laufe der Geschichte hat die Lok ein Rad verloren und der Besitzer hat da ein Rad drauf gemacht ohne Haftreifen. Vielleicht erkennt das jemand. Kann er ja in die Kommentare schreiben. Hey, toll. Die habe ich vor 40 Jahren beim Händler zur Reparatur abgegeben und vergessen. So, jetzt hat man natürlich das Problem, wenn man so eine Lok aus Ersatzteilen zusammenbauen will. 6 Euro und ich nehme mal hier das Modell von 1957. 9 Euro sind 15 Euro und jetzt fehlen mir natürlich die Teile. So, da Kosten hat man sowieso da. Ein Umschalter mit Schraube. Eine M3 für die Platte habe ich schon gekürzt. Kohlebürste. Und zum Glück gibt es das Internet. Ich verlinke mal die Kontaktadresse in die Beschreibung. Ein gut sortierter Internethandel. Spezialisiert auf alte Märklin-Sachen. Und da sind die Teile drin, die mir fehlen. Die Kontaktplatte hat 3 Euro gekostet. Das Gestell hier mit Schraube zum Glück. Die Platte mit Aussparung für den manuellen Umschalter. Eine kleine Beule drin, die gehört dazu. Was meint er, soll ich die raus machen? Ja, ich mache sie raus. Und der Reifen mit dem Plastikbelag. Das ist toll. In der Videobeschreibung noch zwei interessante Videos zum Thema. 3021 Doppeltraktion vom Kai und von Märklin Classic die Reinigung der 3021. Und hier geht es jetzt weiter mit dem kompletten Zerlegen, dem Reinigen des Motors und dann der Zusammenbau. Übrigens hier ganz interessant. Das Kabel von der Lampe ist ja richtig lang. Das bedeutet, sie haben es nicht angelötet hier am Motor. Wo hier die Leitung vom Schleifer direkt ankommt. Sondern damit die Bewegungsfreiheit des Motors nicht eingeschränkt wird, wurde das Kabel dann hier hinten hingeführt. Sondern damit die Leitung des Motors nicht eingeschränkt wird. Sondern damit die Leitung des Motors nicht eingeschränkt wird. So rum eine Dille, so rum eine Beule. Da fragt man sich schon, wie an so eine Stelle eine Dille reinkommt. Nur noch minimal zu sehen, versuchen wir noch mal ein bisschen. Wenn man es weiß, erkennt man noch diese zwei kleinen Erhebungen und hier so diese Druckstellen. Jetzt stellt sich die Frage, wie reinigen, einfach auseinanderschrauben oder mit dem Destillat. So, fünf Minuten in jeder Zeit. Das wird jetzt reichen. Hier schwimmt ganz schön was rum. So, jetzt hier das Rad noch abmachen. Abzieher. Unsbildkraft. Ja, wunderbar. Ja. 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 Jetzt können wir da schon ein bisschen ölen. Der nächste Schritt ist jetzt den Motor wieder zusammenbauen. Ja. 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 So, jetzt verschraube ich hier so eine kleine Patinaxplatte, die kommt da dran an die lange schraube ich habe alte bilder gesucht und so ein ding scheint auch bei der alten lock dran gewesen zu sein ich habe hier mal zum vergleich ein neues modell da ist nämlich hier ein niet und da ist der lötpunkt dran und bei den alten scheint es hier so eine plätte gegeben zu haben da habe ich jetzt aber nicht noch nach der artikelnummer gesucht ob es das gibt sondern habe mir gerade hier so ein ding selber gemacht ein bisschen dick hier so was drei millimeter habe aber moment nichts anderes gefunden so 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 so